Samichlaus, es wird frisch. Ich glaube, wir müssen einfeuern. Ja, du hast recht. Ich gehe gerade Holz holen. Und dann füren wir ihn ein. Du, dann gerade noch ein bisschen spalten. Du weisst, dass wir Ende November nicht mehr Zeit haben für Sörix, wenn wir Zwecke machen müssen. Ja, ja, schon gut. Du meinst, wir haben immer zu wenig. Dabei haben wir ja schon den ganzen Sommer Holz gespalten. Du, warum nehmen wir eigentlich auf, was wir hier reden? Hm, das macht man dann kurz so. Dem sagt man Podcast. Dann können die Leute all den Tag mithören, was wir erleben bis Weihnachten. Aha!